Ahoi! Ich bin Stefanie Henke, beziehungsweise einige kennen mich vielleicht als Ückek und ja, ich bin hier wegen dem Idealismus und weil ja alle so mit Herzblut dabei sind. Meine Aufgaben bei den Piraten sind, dass ich im Kreisvorstand bin, da bin ich Generalsekretärin und sonst bin ich ganz viel bei den Hopis und bei allem, was ansteht. Offensichtlich auch in der YouTube-AG und ja, wenn so Social-Media-Sachen sind, mische ich auch gern mit. Ja und inhaltlich sind meine Lieblingsthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, weil, sind wir mal ehrlich, das ist offensichtlich und Gleichberechtigung für alle. Also egal, was du für ein Geschlecht, für eine Hautfarbe, für einen Bildungshintergrund, für einen Herkommen hast. Wir sind halt alle nur Menschen und ich finde, deshalb sollten wir auch alle gleich behandelt werden. Dann noch was Drittes, nämlich Datenschutz und Datensicherheit und Sparsamkeit. Deshalb bin ich auch relativ viel im Fidiverse unterwegs. Wer es nicht kennt, stellt euch Social Media vor, aber dezentral und wenn ihr wollt, ganz verschlüsselt und theoretisch könnt ihr den Menschen kennen, bei dem dann eure Daten landen. Ja, wenn ich nicht gerade bei den Piraten bin, bin ich bei Bits und Bäume zu finden oder beim X&PB Meetup oder bei der nächsten Demo.